Nicht. Ja, nicht. So, wir gucken. Äh, drei, vier. Hä, da drüben. Was ist denn jetzt hier? Hä? Ich höre ein Nein. Ja, weil ich grad irgendwie... ...derbste Probleme hab. Oh mein Gott, nicht nur du? Äh, nicht nur ich? Ups, ich pack' den jetzt mit dem Taser. Äh, was genau macht's? Das gibt mir kein Bild wieder. Ach, das kann aber so passieren. Jetzt setzt man irgendwo wahllosen Schnitt. Ja. Und jetzt lass' nochmal langlaufen. Immer noch. Okay. Plan B. Projekt speichern. Unbekannt. Ja. 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 Ah, Technik. Eingraben. Hä? Technik. Projekt öffnen. Unbekannt. Hier gibt's Technik und so'n Scheiß. Ah, geht doch. Geht doch wieder. Okay. Ich schätze mal, weil ich vorhin hier à la Playa geöffnet hab. Äh, könnte passieren. Ach, den hab' ich noch gar nicht absolviert. Hm. Ein schwules Taucher. Ups. Uh-oh. Können Sie das Geräusch noch mal wiederholen? Iku, 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 Iku. Ja, wie lange soll man das noch wiederholen? Jawoll, ich hör's so gern. Wenn wer jetzt weiß, wo das hier kommt, wird kein Leben. Was denn? Ich guck dich überhaupt nicht vorwurfsvoll an. Es ist was anderes. Wir sind bescheuert. Hm? Es ist was anderes. Wir sind bekloppt. Auch wieder wahr. Hm. Aber wo ich jetzt gerade wieder diese Komatschi vor Augen habe. Ist es irgendwie wirklich Zufall, dass diese Wellen in der Klinge wirklich den Brustumfang versprechen? Bitte was? Ich meine, schau dir mal so die Wellen an. Die sind dafür viel zu klein, die Wellen. Na gut, das sieht ungefähr so aus, als ob sie einmal kurz auf den Stahl gefallen wäre, kurz bevor man's geschliffen hat. Nicht wirklich. Hm. Entweder das oder der Typ, der die Sense gebaut hat, war notgeil. Oh boy. Was denn? Ein bisschen Rätseln. Scheiß auf die Jugend. Nöpse. Genau. Wir haben das böse Wort gesagt. Was wollt ihr dagegen tun? Ich rede von bösen Hunden. Böse Kinder, Nöpse. Unmensch, ich. Da komm ich nicht durch. Komm ich da durch. Kann mir keiner eine Kettensäge geben, damit ich diesen blöden Wald abreißen kann? Möpse. 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 So, nochmal zurück. Einmal auftanken. Dann schiffen wir einmal um diese Scheißka rum. Möpse. 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 Liebst du das mit dem Rumsurfen auch, so wie ich? Möpse. 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 Alles gezeichnet. Ich bin wenigstens ehrlich. Ich bin sarkastisch. Ich bin Heiler gerade. Okay. Er ist ein Sunny. Ein Sunny-Töter. Gehst du zum Sunny, bist du Töter. Nöpse. Ich werde nicht den blöden Weg wiederfinden. Irgendwo wird er schon auftauchen. Ich hoffe es. Wenn mir nur diese blöde Hina nicht ständig im Weg wäre. Blöder Kapadorp-Klatsch. Jetzt will ich doch mal eins gucken. Wie könnte es auch anders sein? Jetzt kriege ich mal einen Sonnstein und ich kann ihn auf Anbiet nirgends benutzen. Hat man auch selten. Ich hätte gerne einen Mondstein. Ja, die sind schon selten. Es ist ja nicht so, als ob man die irgendwo wie Sand am Meer finden würde, auf Meeresgrund. Hey Kollege, warte mal! Stürz dich doch nicht in die Knopfe, wenn du halb tot bist! Ach, dann krepier doch mal, dann ist mir scheißegal. Was hast du denn für ein Selbstmord ausgesucht? Ich weiß nicht, der kann von mir aus krepieren. Gah! Äh, äh. Der wollte dich mit ins Elend reißen, hm? Ja. Oh je. Ja, ich bin ja mir nicht hinterhergerannt, aber da ist auf einmal jemand vor mir gelandet. Als er dann schon halb auf der anderen Seite war, habe ich gesagt, leck mich. Ja, da war es schon zu spät zum lecken. Hm. Nein, nein, nein! Gaggendli! Reggendwo! Ja, shit! Ich geh dieses Toho in dem, boh! Ich hab keinen Bock! Hallo! Tue ich den Leuten gerade wirklich 20 Minuten lang angeht, sind das durch die Landschaftsurfer? Ich glaube ja, ich achte ja schon noch nicht mehr drauf. Hm, wo? Macht's weh, ich guck's euch nicht an! Ja, genau! Macht irgendwas Sinnvolles dabei! Zum Beispiel in der Nase popeln! Ja, ich hab keinen Bock, nein, 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 nein... Häh? Nohl! So, leck mal wieder ein bisschen Gassi führen. Okay, wir haben ein Pro bei uns und die haben zwei, ja. Okay, ich mein, der Pro ist, ja der ist tot. Er ist Level 46, zählt man beide Zahlen zusammen, ergibt das 10. Er ist nicht 9. Ich glaub gar nichts gefragt im Grunde. Was fragst du nicht? Wie viele Punkte hab ich? 4. 2 davon gab mal Heal Assists. Siehs mal positiv, ich könnte nicht mal reinkommen um Scheiße zu bauen. Ja das macht ihn glücklich. Kleiner Fisch. Kapoma Hühnchen. Und ich bleib dabei, das ist in Wahrheit japanisch und bedeutet zuviel. Einmal süß. Leute haltet durch, haltet durch, ich bin gleich da. Der Onkel Doktor ist gleich da. Oh, it's dead. Boah. Sie ist irgendwie gekommen, du kommst angerannt, fühlst den Puls. Er ist tot, Jim. Ach ja doch, das ist schon die erste Stelle. Ich hab keinen Bock mehr, ich suche die Stelle dann einfach selber auf Screen. Oh. Machst du jetzt einfach Schluss? Oh, ich denke schon. Oh. Das ergibt jetzt dann 3 Folgen, das verziehe ich jetzt auf 3 Tage, jeweils eine Folge. Da dürfen die Leute, die das jetzt 2 Tage lang geguckt haben, sich jetzt aufregen. Hm. Ein schöner fieser Plan. Hm. Oh, guter Schicht. Wobei, eine Sache könnte ich ja nicht klapp noch anledigen, bevor ich fertig bin. Und zwar, da gibt es ja noch dieses nette kleine Flack. Da kann man ja auch noch tauchen. Was bin ich da wohl noch mal rauskriegt? Ich weiß es echt nicht. Oh, 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 oh. So? Kutschaft. Praxisgebühr dabei. Hehehe. Ach shit, muss nachdenken. Scheiße, fällt mir gerade ein, ich muss bei Gelegenheit auch noch mal zum Zornarzt. Holte Kante dabei gehabt. Scheiße, Junge, stirb nicht. Dummi, dummi, du. Stirb hier noch. Gelegenheit. Mach den Job. So will ich das stehen. So will ich das sehen. Scheiße. Boah, die walzen uns platt, ey. Das ist so schlimm. Na wenigstens verdienst du noch ein paar Punkte an denen, die du heilst. Hm, ja, ich hab jetzt 13 Punkte und, ja. Also, geht doch. Oh, dummer Revo. Oh, geil, die verpissen sich jetzt auf unsere Basis. Das liebe ich ja. Wenn sich diese Muschis auf die gegnerische Basis irgendwo verpissen. Oh, du, 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 du. Oh, voilà. So ein Pro hat auch immer schön was zu heilen, der hält viel aus. Hast du schön was zu heilen? Abgeschlossen, abgeschlossen. Aha. Nein. Oh, es ist tot. Ich hab einen verfickten Wasserstein bekommen. Was will ich mit einem Wasserstein? Oh, no problem, dude. Dafür bin ich da. Okay. Hm. Hm. Ach, komm schon. 2 HP. Damit lebe ich nicht lange. Hm. Lass mich überraschen. Wenn ich mich jetzt hier die ganze Zeit, ähm, hier hinten verkrieche, wie so eine kleine Lösche, ja. Ja. Wohl so. Aber... Ja, weit komm ich damit nicht. Hm. Man kann schneller sterben oder leben, als man denkt. Boah, aus der Entfernung mit der Sub-Machine-Crit. Sehr schön. Gah? Ich leb noch. Irgendwie hab ich wieder so die Vermutung, spätestens wenn das Video angeguckt wird und die Leute merken, dass du es vorspielst, kommen Sachen wie, ich bin auch mitspielen. Tja, am Arsch. Tja, hab ich gehabt. Find mich erst mal. Wenn ich mal im offenen Spiel bin. Dadadusch. Okay. Jupp, ich hab jetzt alle die Tasse hier in die Kulde. Das reicht jetzt, Diggy, für drei Folgen. Dann würd ich mal sagen, tschü tschü. Ja, ja, ich knall euch ab. Ja, genau. Ah, jetzt war die Schulter auf die alte Tasse drücken, was nicht funktioniert.